So und herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Heute spielen wir den Legendenauftrag von Ayato, Cypressus Custos. Ein Wutongblatt fällt. Als Dunpaimon bei Ogura Textilien vorbeikommt, trefft ihr auf zwei bekannte Personen. Ich vermute mal, das werden Ayaka und Ayato sein. Bitte mich auf jeden Fall nicht wundern. Und wir schauen mal rein. Ich habe keine Ahnung mehr, wer das ist. Wer ist es nun? Doch, habe ich. Oh, Pai, Mann, das ist 100 Jahre her. Danke, dass dein Gedächtnis besser ist als meins, Palmon. Das ist eine gute Aufgabe für ein Bekannte. Ich bin ein Geist. 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 Was machen Sie? Das ist 늘 so. Du, keine Ahnung? Herrgacağst du oft? Ach 3, zweiц? Ich bin ein Geist… Ich wurde oft über Dokspe. Ich habe mich mit Ihnen geholfen, aber ich konnte nicht sagen, dass ich mich nicht mehr zu sagen konnte. Was war das? Ich hatte vorhin, ich hatte einen Beitrag für sie. Ich hatte das Ziel, dass ich sie aus dem Weg aus dem Weg rausgekommen. Aber ich hatte das Gefühl, dass... Die Welt ist sehr knapp. Sie waren die Freunde. Nein, nein. Ich bin der erste Mal. Ich habe mich mit dem Kamin und Chisato gesehen, und habe mich mit dem Kamin und Chisato gesehen. Und dann wird es mit dem Kamin und Chisato gesprochen. Oh, ich habe mich überrascht, was ich? Ich habe mich nicht mehr überrascht. Ich habe mich immer noch vorhin schon wissen. daran erinnere ich mich noch dass wir diesen brief abgeben sollten wie süß der hochzeit wir sind nicht eingeladen ich habe schon ein paar Jahre lang so viel zu tun und es hat auch noch einen kleinen Tag und auch auch ein paar Ziele zu kaufen und auch ein paar Ziele zu kaufen und das ist eine große Menge von den Kuchen zu machen und ich finde es, dass ich heute noch nicht so viele Jahre herrige sind und ich habe auch noch etwas das Wissen ich bin mir ein bisschen ich bin mir das Aber... Wie war es? Ah, ich muss mich nicht interessieren. Chisato-Sama, dass ich mich mit meinen Erinnerungen freue mich. Ja, das stimmt. Ich glaube auch. Aber ich glaube, Er ist auch ein bisschen in sie verschlafen. Das ist ein bisschen traurig. Mir scheint bei nicht sonderlich guter Laune zu sein. Ja, ich glaube, das wäre ich auch nicht, wenn so die Angebetete plötzlich einen anderen hat und den heiraten will. Das ist dann schon sehr final. Oh no. Ja, eigentlich versteht er das nicht. Ja, eigentlich versteht er das nicht. Ach was. Wir sind cool mit denen. Ach, außerdem freue ich mich tatsächlich wieder Ayaka zu sehen. So. Vor allem wird wir dann nicht nur Ayaka sehen werden, sondern wahrscheinlich auch Ayatou. Aber ich fand den Legendenauftrag mit Ayaka immer sehr, sehr schön. Also, wo man damit ihr auf dieses Fest gegangen ist. Und ich hoffe, das kommt jetzt dann in der 2.6 wieder. Wo man dann dieses große Blütenfest oder was auch immer das war. Was hier angekündigt wurde. Dass man da wieder mit Ayaka rumläuft auf dem Fest. Ja, ich glaube, es ist ein richtiges Ort. Aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht nicht überwacht. warten. Nein! Ich glaube, Ayaka nicht, aber... Es ist eine große Eure zu wissen, ob man zerstört Ich liebe das Kamisato-Anwesen. Es ist so schön. Ich finde auch voll gerne so einen Garten. Ich weiß halt auch nicht, was ich so von Zen-Gärten halten soll. Ich finde sie übel elegant und schön. Aber bei mir ist es im Garten so ein lieber wuchert, ein bisschen mehr als zu wenig. Also ich habe schon gerne viel Grün und Pflanzen um mich herum. Und so cool ich die Zen-Gärten auch finde, ich glaube, in meinen eigenen Garten würde ich mir keinen reinnehmen. Toma! Oh! 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 Oh, wie cool. So voll die elegante Begrüßung. Oh, ich mag seine Stimme. Ich habe ja bisher nur die englische Stimme gehört von den Trailern und seine japanische noch gar nicht. Aber ich muss sagen, seine japanische Stimme ist genauso sanft und smooth, wie ich es mir vorgestellt habe. Genauso muss das. Ich bin so begeistert von der Arbeit von den Voice Actern. Immer noch. Er ist schon interessant. Ich bin ein paar Worte. Und dann, wenn ich auf die Begriffe bin, dann wird die Raum geändert, und es wird nicht so schnell gehalten. Ich bin ein kleineres Worte. Ich danke dir für eine gute Worte. Ich muss nicht so gut sein. Ich bin kein Worte, aber bitte. Ich bin ein Worte. Ich bin ein bisschen schwer. Ja, Paimon fügt sich definitiv zu gut in ihre Umgebung ein. Ja, wir sind auch bestens informiert, Ayato. Wir hatten schon einige Begegnungen mit denen und wir sind dafür verantwortlich. Dass wir jetzt heiraten, ja, also wir sind VIPs oder so. Ja, ich glaube, dass die Begegnungen mit den Begegnungen mit den Begegnungen sind. Ja, ich glaube, dass die Begegnungen mit den Begegnungen sind. Ich glaube, dass die Begegnungen mit den Begegnungen sind. Ja, das ist echt cool. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, Ayato ist ja mehr so der Bürohengst. Der verwaltet quasi alles in der Yashiro-Verwaltung selber als Clan-Oberhaupt und sorgt eben dafür, dass die Familien eben alle da ihren Job erledigen. Und Ayaka ist eher so die Repräsentantin nach außen. Die macht dann eher so Botengänge, trifft sich dann mit den Leuten und mit den Organisatoren von den Festen. Und dafür ist dann eher Ayaka zuständig. Also quasi Ayato intern und Ayaka extern als Repräsentantin. Äh, wir sollen mitkommen? Ja, wir gehen definitiv mit. Ja, haben wir. Nee, nee, ich finde, Paimon hat recht. Es war uns, äh, unseren Verdiensten zu verdanken, dass sie sich jetzt verliebt haben. Und wir sollten schon ein bisschen stolz darauf sein. Es ist ein Schicksal, sich zu verlieben. Dann lass uns gemeinsam hingehen. Primetime mit Ayato. Ach, wie cool. So. Was haben die da gespielt? Man kann's sogar angucken. Es gibt noch nicht beendete Partien auf dem Spielbrett und es sieht so aus, als ob Thomas' Seite leicht im Nachteil ist. Kamisato Ayato scheint die ganze Zeit nicht aufs Brett zu schauen. Kann man sich wirklich die Position so vieler Figuren merken? Ja, also ich denke mal schon. Der ist ja nicht umsonst hier so... Das krasse Clano überhaupt und alles. So, Thomas, was hast du noch zu sagen? Was heißt hier die Mehrheit? Also ich finde, Ayato scheint sehr entspannt zu sein. Sehr elegant. Aber trotzdem sehr entspannt. Und direkt. Das finde ich gut. Der hat sein Augenmerk auf das Richtige. Ich kann mir so vorstellen, dass das halt übellästig ist, wenn du dann so erstmal 10 Minuten lang solche Höflichkeitsfloskeln austauschen musst und die Leute sich so stocksteif und total distanziert von dir gegenüber positionieren. Ja, wir sind da. Du stellst Ayato dann den Begleiter vor und gibst Ipei und Shinuchu eine Erklärung. Oder so. Ich habe das letzte Wort nicht gelesen. Ich habe das nicht gelesen. Ja 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 Der arme Kerl So Geh zum Haus des Kojo-Clans und sprich mit Kojo-Kamichi Das Haus war nämlich hier so, genau, im Tencho-Kaku Ich wusste es Ob wir dann vielleicht auch Sarah sehen Das sind ja von der gleichen Familie Aber gut, wir haben Ayaka auch nicht gesehen Ich glaube, das wäre auch ein bisschen krass gewesen Ich meine, sie haben ja auch gleich Toma mit reingehauen Und normalerweise ist das ja eher so So Dann sprechen wir mit Kamichi Ja Ich bin bereit 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 So Ich musste leider noch mal kurz pausieren Dann bin ich gegen die Tür Ich bin bereit 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 Wie ist es dir denn ergangen seit dem letzten Mal? Das ist schon ein gutes Stück her. Wir sind ja schon gut weit gekommen auf Inazuma, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, mein Freund. Ich hatte Lust, was ich gute Begrann mit der Reise, um es in Ordnung zu erwarten. Ich kann mich immer auf die Einführung und den Entsteckungen dafür mit dem Marc und den Schleusen. Ich bin sicher und glaube nicht. Ich kann das nicht, dass ich Ihnen ein Worte, oder dass ich für alle Arege, wenn ich gerne so ein Worte und nicht in Sicherheitse. Ich kann mich auch vor, als du es allen in ihrer Webseite spielst. Es freut mich, dass der Brief nicht umsonst verschickt wurde und ihr glücklich seid. Ich werde dem Lacken sprechen, um mich zu wissen, dass ich nicht. Ich würde mir gerne weitergehen. Es ist ein K-Jer. Daher mich nicht mehr interessiert. Ich kann mich nicht so sagen, dass ich eine Liebe sein kann. Ja, danke. Was ich für heute? Was meine Frau von Kami-Sato? Es hat mich nicht so gut gekostet? Das war's für mich. Ich habe eine Art, die sich nicht an. Ich habe eine Art, die Menschen nicht zu verhindern. Es ist ein Teil von der Welt, die ich weiß. Es ist vielleicht ein paar Worte, aber ich kann mich nicht sagen, aber ich werde mich auch über die Fragen stellen. Ich habe das Wort gesagt. Ich habe ihn gesagt. Ich habe das Wort gesagt. Ach, weil der mit verwickelt war? War der nicht mit verwickelt in den Komplott gegen Shogun? Zusammen mit dem alten Kojo-Oberhaupt? Weil das war doch auch derjenige, der die Reisende, also uns jetzt nicht nach Inazuma direkt lassen wollte, beziehungsweise der diese kranken Steuern erhoben hat für die ausländischen Händler, also die Händler, die nicht aus Inazuma kommen, alle in Ritu halt. Interessant. Davon hat man halt wirklich nichts erfahren, nur dass halt dann jetzt der Kojo-Klan-Dude eben, wie soll ich sagen, ja, dass der halt nicht mehr da ist. Ich glaube, das war im Legendenauftrag, also im ersten Legendenauftrag von Shogun-Ei, wo man dann eben mit Kamiji Kojo dann eben die Tenryu-Verwaltung wieder aufbaut, nachdem eben der Verrat durchkam. Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Also, dass jetzt der Vater von seiner Gediebten da jetzt noch im Gefängnis ist. Aber ich vermute mal, weil der eben mit in diesem Komplott verwickelt war. Hoffe ich. Also weiß ich nicht. Ich hoffe, man erfährt das noch. Wie gesagt, das ist schon 100 Jahre her. Ach so. Persönliche Motive auch noch. Ich kann das nicht überwinden, dass ich das nicht verletzen kann. Wenn ich das nicht verletzen kann, dann wäre ich sicher, dass es nicht möglich sein könnte. Oh, ich habe mich思ied. Der Papa hat meine Gesichter schon gesagt, hat mich unterhalten, also ich mich selber zu tun. Ich habe ihn wirklich zufrieden. Ich verstehe mich. Also hat sie es angesprochen. Warte. Shisato hat ihm einen Heiratsantrag gemacht. Oh, das ist cool. Sie scheint schüchtern zu sein. Ja, das war sie ja definitiv. Sie hat sich ja auch mit uns sehr klammheimlich und im Hintergrund getroffen. Hm. Ja. 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 also dem gesichtsausdruck und dem blick von aya to nachzuurteilen scheint er auch so kleine romantiker zu sein finde ich cool also die wissen ja schon von der voiceline von ito das ayato ja nicht immer der höfliche reservierte elegante mann des kamisatu clans ist sondern dass er ja auch sehr viele seltsame trades hat wie zum beispiel dass er gerne mit ito diese käfer kämpfe macht mit den unikaboto oder dass er thoma irgendwie komisches essen probieren lässt und die zwingt dazu das zu essen und thoma findet das absolut widerlich also ayato scheint da sehr interessiert zu sein über die geschichte und ich finde die geschichte tatsächlich sehr süß ich finde es schön dass sie das noch mal aufrollen das ist eine der sachen die mich hat echt begeistern in genjin dass du jetzt nicht nur solche komischen 08 15 neben npcs hast also ich meine klar du hast die halt auch so normale npcs war also das in dem fall ist ayato für mich ein npc auch wenn ein playable character ist aber so dies nicht so krass relevant sind für die story die werden halt gerne mal wieder mit aufgenommen in events oder in legenden aufträgen sowie jetzt weil wie schon gesagt ich hätte kamiji komplett vergessen und da wurde er jetzt schon zweimal wieder aufgerollt einmal direkt in der archon quest als liebhaber von shisato und jetzt wieder im legenden auftrag von ayato wo deren heirat besprochen wird ich finde das schön so was mag ich wirklich ein video spielen wenn du dann wirklich so das gefühl hast die in anführungszeichen unwichtigeren charaktere tragen trotzdem mit zur story bei wenn es halt und wenn es halt nur so über solche kleinigkeiten sind im dialogen oder eben als antrieb für den legenden auftrag und ist schön kann man so war auch noch so dann die monge oi mashtag im Moment ab w w w w w w ist w Oh, diese Lichtstrahl im Hintergrund. Bisschen cringe, aber süß. Er lässt sich jedenfalls nicht davon abhalten, seine Liebe mitzuteilen. Süß. Kamisato-sama, und auch ihr zwei, ich habe nur ein schreckliches Geheimnis gemacht. Nein, nein, ich habe mich eher sichergestellt. Ich wusste es. Ist für selbstgefährlich. Er ist halt glücklich verdient. Nachdem sich Kouchu Kamichi von euch verabschiedet hat, scheint Kamisato Ayato euch noch etwas zu sagen zu haben. Jetzt habe ich mich extra beeilt, das vorzulesen. Und jetzt kriege ich so einen langen Loading Screen. Ach, Mann. Oh, ja. Es ist mein Vergnügen, aber mich interessiert, wie alles begann. Ja, das würde er doch wissen. Hm, warum denn? Ja, das ist mein Vergnügen. Ja, das ist mein Vergnügen. Ist so etwas bei deiner Arbeit dann schon mal aufgetaucht? Du redest ja offensichtlich aus Erfahrung. Ja, das ist mein Vergnügen. Aber diese Sache, gibt es da wirklich keine nachteiligen Auswirkungen? Und wir werden sie bestimmt besuchen gehen. Ja, das ist mein Vergnügen. Ja, das ist mein Vergnügen. 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 Und wir sind auch da. Übrigens. Hi. Das ist mein Vergnügen. Oh ja. Vielleicht sehen wir dann Toma-Bubble... äh nicht Toma, ah ja, Toma-Bubble-Tea trinken. Der Paimon hat sich auch ein bisschen Eier drauf geguckt. Nein! 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 Ja, das ist ein schönes Gefühl. Dann können wir uns jetzt anrufen. Ja. Willkommen in die Diplomatie, Palme. Ja! Bitte kaufen wir Bubble Tea. Mhmm, Bubble Tea. Okay, die scheinen alle richtig krass in der Vorbereitung zu sein. Äh, vertreibt ihr die Zeit auf Rito? Ja, wir trinken Bubble Tea mit Ayato. Let's go! Imbissverkäufer. Ja, ich wusste es. War das nicht der Dango-Typ? Der Dango-Bilch-Typ? Ich glaube schon. Das letzte Mal den Shogun. Jetzt den Anführer der Kamisato-Verwaltung. Ja, ich wusste es. Klosmich. Schöne Übersetzung für Dango-Mu. Was für ein Zufall. Ja, das waren wir. Ja, Mann. Bubble Tea. Das ist Fanservice auf anderem Niveau. Ja, Mann. Oh mein Gott, wie cool Oh mein Gott, wie cool Oh mein Gott, wie cool Oh Gott, der arme Tomo Jetzt weiß ich, wovon er redet Also ich will kein Seegras in meiner Dango-Milch haben Wir nehmen mal die Nawendel-Melone Nach einigem Warten war die kreative Milch endlich fertig Ah, ist hier kein Bubble Team Ah ja, ich sag's doch, der hat Ayato hat echt Ja Alter, der hat echt ein paar Marotten Alles doch cool Es gibt so viele, worüber du dir Sorgen machen musst, nicht wahr? Oh? Ich dachte... Ich dachte, es ist schon eher das Wo wir Bubble Tea trinken sehen Vielleicht hätten wir das mit diesem Klößchen machen sollen Aber das wäre dann die normale Dango-Milch einfach gewesen Verdammt Ich hätte echt gern gesehen Wie das dann geht Mit Ayato, der sein Bubble Tea schnürft Na ja, gut Ach ja